Alles über Gaming und die neuesten News nur hier bei Zockast, dem Gaming-Podcast. Hallihallo und herzlich willkommen zum Podcast oder Zockast Folge Nummer 8, heute mit dem Dunkelschelm. Einen wunderschönen guten Tag. Knötzeler ist leider verhindert, die auf private Bücher was zu machen. Ich muss ja auch. Aber liebe Grüße soll man sagen. Und es kann sein, dass wenn sie zwischendrin noch Zeit hat, sie vielleicht sogar einmal Hallo sagt. Oh, das ist doch schön. Ja. Ach ja, was war eine Woche? Ja. Das war mal wieder ein bisschen viel, ne? Ähm, war einiges, ja. Verwachst du, soll ich? Fack du an, wie war deine Woche? Also, ähm, ja. Meine Woche war soweit eigentlich, äh, auf Arbeit recht stressig, zu Hause recht gechillt. Aber das brauchte ich dann auch als Ausgleich für die Arbeit. Ähm. Wir haben nicht viel aufgenommen die Woche. Ne. Einmal Parfum of Exile, ich hab privat halt hier was aufgenommen, aber so gemeinsam. Gut, wir haben auch heute Aufnahmetag, also heute ist die ganzen Tag eigentlich Aufnahme. Richtig, richtig. Ne, aber, ähm, das war auch irgendwie nicht mehr drin, weil halt Arbeit relativ stressig war. Ja, das weiß ich noch bei dir, wir haben, du warst sehr fertig die Woche. Ja. Aber das ist halt auch mal so. Und nebenbei plagt mich auch so eine kleine Erkältung irgendwie dann, aber das ist, glaube ich, normal bei den Wetterverhältnissen im Moment hier. Hin, her, vor, zurück, ja, ja. Ja, ja, genau, teilweise, ähm, morgen hast du 20 Grad, am Nachmittag hagelt, sondern am Abend, da könntest du wieder grillen, wenn du wolltest, so. Aber, ähm, ganz komisch. Bis halt April. Ja, bei uns gab's hier ein paar Mal Schnee. Ja, hatten wir auch so Grappelschauer, Schneeregen. Ne, ne, bei uns war wirklich Schnee, also wir hatten Schnee am Boden und überall, selbst was da aufgewacht ist. Auch nicht schlecht. Nochmal schnell einen Schneemannbaum. Ja, genau, so weit kommt's noch. Ja, jetzt ist aber auch schon wieder grau, ich gucke gerade aus dem Fenster, hier ist auch schon wieder grau gerade. Ja, jetzt ist auch den ganzen Tag schon irgendwie, entweder ist es sonnig oder ist es am Brasseln wie nichts Gutes. Teilweise wohl auch leicht Hagel dazwischen. Und wie auch so die Heringe auf Augenhöhe vorbei, ja. Hm, so ungefähr. Ich erinnere mich an deinen Spruch. Ja, naja, gut, bei mir ist es schwierig, ich wohne im ersten Stock, da dauert das ein bisschen, bis die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen. Ja, aber lustig, wird's so weh. Nicht für die, die unter mir wohnen. Wir brauchen eine Tauchausrüstung. Ja. Dann sollten sie vielleicht mal Fenster aufmachen. Ja, kommt da noch mehr rein. Ein bisschen lüften ist zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung. Boah. Also wenn die Augenhöheringe, nein, die Augenheringe, die auf Augenhöhe, nein, weigert. Ja. Wenn die Heringe mir auf Augenhöhe vorbeischwimmen. Dann sollten die unten bestimmt nicht mehr die Fenster aufmachen. Aber ich glaube, das macht nichts. Ich glaube, das tut sich nicht viel. Ganz weit. So dicht ist das Haus hier dann auch nicht mehr als eine etwas ältere Hütte. Oh, ich hab gepickelt. Alter, das tropft durch. Ihh, warte, was? Ähm, nein. Eher nicht. Mir fällt gerade auf, ich hab gar keine Zigaretten vorgestopft. Das muss ich dann immer blöd machen. Ja, falls es gleich ein bisschen laut wird, entschuldigt das bitte. Dann musst du jetzt doch nicht rauchen. Doch. Wir sind gerade mit dem Frühstück fertig, jetzt muss ich rauchen. Erste, wir haben halt irgendwie unseren Frühstücks-Podcast. Das ist sehr früh für unsere Verhältnisse. Gerade für den Wochenende. Ja, ich hab schon wieder eingeblendet im Datenverlust. Das ist ja ein Träumchen bei mir. Und warum? Weil Steam gerade meint, es muss wieder ein Update fahren. Ah, ja. Warum machst du Steam denn an, wenn du Podcast aufnimmst? Wenn ich nicht doof bin. Ich hab vor einer Stunde eine Nachricht bekommen, auf Steam, da meine Notifications ja aus sind, hab ich die jetzt erst gesehen. Hm. Ja, wegen jemand, der vielleicht im Podcast mit dabei ist. Gucken wir mal, ob die vielleicht nach der Pause dann dabei ist. Werden wir gleich sehen. Schauen wir mal. Was war sonst bei dir noch die Woche so los? Ähm, gestern war ich nochmal mit meinem Bekannten dann diese komische Ikea-Küche. Noch Griffe anbauen, irgendwie Leisten antütteln, Türen anbauen. So Kleinkram, was halt noch übrig war. Ja, und ansonsten war die Woche bei mir so nicht wirklich was los. Du Langweiler. Ja. Also echt, hey. Wieder mal gar nicht. So ein alter langweiliger Spießer halt. Das bist du so. Nein. Eher nicht so ein Spießer, aber halt und langweilig. Mit Thrombotestrumpel. Ja. Aber nur, wenn ich los will. Geht zu Hause geht's nach oben. Aber gerade so. Ja. Oh Mann, bei mir, sagen wir mal so, es war eine turbulente Woche. Ich war krank, sehr viel. Bin aber noch nicht wirklich genesen. Montag habe ich wieder Arzttermin. Gucken wir mal, was da rauskommt. Sonst, ja, ich habe ein bisschen Final Fantasy aufgenommen. Ich habe mal wieder Jedi Knight aufgenommen. Man glaubt es gar nicht. Kam jetzt auch, wir sehen heute am Samstag auf. Also heute kam die Folge mal wieder. Eine. Interessant mal wieder da zu sein. Ich bin auch erst mal instant dauerhaft gestorben. Ja, das kann er. Sonst, ja, meine Mutter hatte Geburtstag gestern. Verwandtschaft war da, wir haben gegrillt. Erst waren die Flammen dann irgendwie 50 Zentimeter hoch. Weil meine Mutter meinte, sie muss das dann ganz so schwierig sein klatschen. Woher finden wir erst mal, das Altpapier stand daneben. Hoppala. Ungünstig. Ja, minimal. Das war vielleicht ganz lustig. Aber sonst, ja, war halt nicht viel los, dass wir wieder viel zu viel gegrillt haben. Ich gestern Nacht noch mal was im Grillen, was gefuttert hat. War so ein bisschen wirklich eine sehr, sehr, ich sag mal, schilige Runde. Ja, ich kenne das auch, wenn Verwandtschaftsbesuch ist zwar bei mir auch meistens eigentlich ganz angenehm, aber dann doch auch teilweise anstrengend. Gerade wenn es dann viele werden. Das stimmt. So, weil dann hast du erst mal einen Geräuschpegel schon mal irgendwie den ganzen Abend um dich herum, weil irgendwie alle paar Leute da irgendwie im Gespräch sind und zwar in eigenen Gesprächen. Und das musste natürlich laut genug geführt werden, damit die Nachbargesprächsrunde dein eigenes Gespräch nicht stört. Und ja, so pegelt sich das dann irgendwann so weit ein, dass die Leute sich alle gegenseitig so ein bisschen laut besprechen und man letztendlich, wenn man nicht gerade irgendwie selbst in einer Gesprächsrunde drinnen sitzt, da dann erst mal irgendwie so das Ganze so ein bisschen überhört und sich dann irgendwas rauspickt aus dem Gespräch, aus dem Gespräch. Und ja, man kann dann nicht wirklich folgen und irgendwann hat man Kopfweh vom Krach. Also da muss man sich dann schon mitten in so ein Gespräch wirklich mit reinsetzen, ansonsten klappt das nicht. Das stimmt. Das ist wohl so jedes Mal. Oh Gott, ich gucke jetzt hier gerade noch Nachrichten durch, weil immer während der Podcast aufnimmt, schaue ich ja immer, was heute und gestern für Nachrichten kam. Das allererste, was ich bereits sehe, bringt mich schon wieder zum Lachen. Na? Willst du das echt wissen? Ja. Das allererste, und zwar vom Stern. Ich weiß nicht, warum der Stern über so einen Scheiß berichtet. Bart Wörishofen. Paar streitet lautstark während Sex auf fremdem Auto. Ja. Warum auch nicht? Erst Sex, dann Streit. Ein nächtliches Liebesspiel auf einem fremden Auto hat ein Pärchen im bayerischen Bad Wörishofen eine Strafverzeige eingebracht. Da das Paar beim Sex lautstark in Streit gerief. Erster Punkt. Wie? Das war jetzt eigentlich auch genau so mein Gedankengang. Ich versuchte es gerade so zu, im Kopf schon mal so vorzuformulieren, dass man es auch wirklich senden kann. Aber das hast du mir denn jetzt ja vorausgenommen. Ganz ehrlich, ist doch scheißegal, mein Gott. Wir haben Sex gesagt. Oh Gott. Aber warum, wie gerietst du, wie geratest du beim Sex in Streit? Also ich habe selber mein Leben schon sehr viel Sex gehabt und ich bin nie währenddessen in Streit geraten. Da habe ich andere Dinge im Kopf in dem Moment. Hm. Für gewöhnlich schon, ja. Also ich weiß es auch nicht. Gut, der Artikel geht noch weiter. Der Humor bleibt nicht weg. Da das Paar beim Sex lautstark in Streit gerietene Anwohner aufmerksam wurden, rückte am frühen Donnerstagmorgen eine Streife an. Als die Beamten kamen, war die Auseinandersetzung zwar schon beendet, ging ja schnell. Ist der Mann halt doch vorne rein. Na gut. Wegen dem Liebenspiel auf dem geparkten Wagen bekamen der Mann und die Frau nun aber eine Anzeige aufgrund Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wie die Polizei berichtete, muss mit dem Halter des Autos auch noch geklärt werden, ob durch die Aktivitäten des Fahres ein Schaden am Wagen entstanden ist. Finde ich auch gut. Aber wie zur Hölle. Herrlich. Was mich an diesem Ding halt, äh, ich witzig finde, ist, ähm, wie? Wie schaffst du es beim Sex in Streit zu geraten? Das ist auch nicht wieder so super Sache, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, aber das weiß ich auch nicht. Also wirklich keine Ahnung, wie das klappt. Nee, nee. Aber wo wir gerade bei lustigen Sachen sind, so, ähm, Burger King in den USA hatte eine Werbung geschaltet, wo irgendwie zum Schluss dann noch irgendein so ein angeblicher Burger King Angestellter in so ein Whopper irgendwie in die Kamera hält und Gogo, was ist der Whopper-Burger? Das ist er noch so als letzten Satz sagte, um dann irgendwelche Google-Geräte, die dann mit Spracherkennung aktiviert wurden, äh, dann zu, ja, halt zu aktivieren und, äh, den, dann zu sagen, hier, such mal über den Whopper. Äh, ja, Internet, äh, ist halt ein schönes Ding zum Usen, wurde schnell rausgefunden, dass dann halt die Google-Geräte die Wikipedia-Seite vom Whopper vorgelesen haben und, naja, das Wikipedia ist ja nun mal für jeden zugänglich und da haben sich dann irgendwelche Leute schnell gedacht, so, äh, Troll Army. Ab dafür, äh, ja, dann bestand der Whopper halt größtenteils aus Ratten, Menschenfleisch, Fußnägel, etc. Was denn dann bestanden haben, will man jetzt lieber auch nicht erzählen, dann werden die Videos hier dann doch vielleicht noch gesperrt. Nein, ähm, aber... Wir haben ja schon mal Ärger bekommen wegen unserem Video als Undertaker und die ganzen Kriegssachen, da war ja schon mal Ärger bei uns. Ja, was heißt Ärger? Aber, äh, ja, nein, aber auf jeden Fall, äh, schon, ich fand's lustig, also ich musste lachen, als ich das hörte. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich, ich rolle hier grad diese Stern-Nachrichten-Ticker-Seite runter und ich könnte wieder kotzen. Jetzt drei Dinge weiter, ich lese nur die Überschrift bevor, weil die Nachricht der Woche stellen, da sind jetzt ein paar schlimme Sachen und ein paar echte Witzige dabei. Eine der schlimmen Sachen, man missbraucht 13-Jährige im Schwimmbad und gibt dem Mädchen die Schuld. Wait, what? Ach ja, mal wieder so eine Geschichte. Und zwar in Köln, wegen mehrfachem sex-, schwerem sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen steht derzeit in Köln ein 30-Jähriger vor Gericht. Wie der Express berichtet, wird ihm konkret vorgeworfen, sich an einer 13-Jährigen, die er über seine ebenso alte Nichte kennenlernte, vergangen zu haben. An verschiedenen Tatorten, unter anderem seiner Wohnung und einer Schwimmbadkabine, soll es zwischen dem Mann und dem Mädchen zu bla bla bla. So, und jetzt wird's witzig. Oder asozial eher noch, nicht witzig, Entschuldigung. Während er im Vorfeld bei der Polizei offenbar noch jeden sexuellen Kontakt zu den Mädchen bestritt, hat er dem Bericht zufolge zum Prozessauftakt zugegeben, mehrfach mit ihr geschlafen zu haben. Schuldbewusst habe er sich allerdings nicht gezeigt. Stattdessen gab er offenbar den Mädchen die Schuld, da dieses den sexuellen Kontakt sehr offensiv gesucht haben soll. Jeden Tag, jede Stunde hat sie mir auf Facebook und per WhatsApp beschrieben, geäußert, was sie mit mir tun würde. Alter, du hast sie über deinen Nichte kennengelernt. Du hast sie gesehen. Sei die... Nee. Er sagt nämlich danach, dass sie jetzt 13 Jahre alt ist, sei ihm warum auch immer nicht bewusst gewesen. Bist du bescheuert? Scheint dann so, ja. Ist klar, wenn man dann über die 13-jährige Nichte eine Gleichaltrige kennenlernt, dass man dann nicht weiß, dass sie 13 ist oder so. Um und bei so, lass sie 12, lass sie 14 sein, ist ja egal. Jetzt runter ist dann wieder ein Vater dabei, das ist ein Kind. Also es ist die Woche aber wieder schlimm. Ja, ich hatte auch irgendwas, irgendjemand hatte da nach Vergewaltigung von der Tochter, hat er dann den Täter irgendwie selbstverständlich verübt und so. Ja, ist schlimm, was in der Welt abgeht. Und jetzt wollen wir ein bisschen lustig werden. A8 bei Bad Ditzenbach. Man verursacht Unfall und steigt dann nackt über Autos. Was? Ich dachte mir, eine schlimme Nachricht reicht erstmal. Heute wird sowieso ein bisschen witzig, du wirst noch sehen, warum. A8 bei Bad Ditzenbach. Man verursacht Unfall und steigt dann nackt über Autos. Diese Aktion ließ selbst erfahrene Polizisten staunend zurück. Kurze Sekunde. Das glaube ich. Auf der A8 ist ein Mann auf Höhe Drackensteinerhang Richtung Stuttgart. Zunächst auf dem Strandstreifen an mehreren Autos vorbeigerast. Er mit zwei Fahrzeugen kollidierte und sich dann fast mit seinem schwer beschädigten Wagen überschlug. Damit aber noch nicht genug. Anschließend stieg der 32-Jährige aus, schrie lauter als herum und zog sich zudem noch alledem Stück für Stück aus, wie die Folie zeigen in ihrem Einsatzbericht schreibt. Splitterfasernackt habe er danach auf der Fahrbahn gestanden und sei dann über zwei stehende Pkw geklettert. Nähere Zeugen konnten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Jawohl, Entschuldigung. Doch selbst die musste Pfefferspray ansetzen und ihn offenbar verwirrten, der zudem immer wieder ist, Jesus solle ihn abholen und geschrien haben, soll unter Kontrolle kommen. Und darunter ist tatsächlich ein Bild der schwäbischen Zeitung, wo dieser Mann Splitterfasernackt auf dem Auto steht. Ja, ist doch schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, übel, oder? Ja. Der Rest ist wieder nur negativ, den wollen wir jetzt gar nicht angucken. Aber fand ich jetzt irgendwie witzig. Ja, eine Geschichte, die so halb witzig oder zumindest witzig sein sollte, hätte ich noch. Da war in den USA ein Prank, so ein Swatter-Prank irgendwie und das ging völlig schief. Da hatte halt einer angerufen bei irgendeinem Let's Player, der hätte Geiseln genommen und würde die halt erst wieder freilassen, wenn er irgendwie Lösegeld bekommt. Und ja, dann sind die halt kurzerhand mit dem Swat-Team da bei diesem Let's Player angereist, sind da rein, haben nicht lange gefackelt. Ach, bei dem Twitch-Stream da. Ja, genau, haben ihm da mehrfach irgendwie mit, ja, diesen Gummigeschossen oder was das da genau ist, Hartgummigeschossen halt irgendwie ins Gesicht gepfeffert oder anderen sind ein paar Gesichtsknochen da auch gebrochen. So haben ihm dann, ja. Ja, blöd, wenn alles leid passiert, ne? Haben halt viel zu spät erst gemerkt, Moment, hier ist ja gar keine Gefahrensituation. Daraufhin haben sie dann mal den, ja, denn die Telefonnummer rausgekriegt von wer da angerufen hat und haben diesen Prankster dann halt auch jetzt irgendwie eingehakt oder erstmal halt angeklagt. Und ja, ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft für die Aktion. Ja, und was ist mit dem Let's Player? Der hat das gebrochene Gesichtsknochen, ganz klar. Der hat jetzt, der hat im Endeffekt die Arschkarte, ja. Und müsste aber eigentlich ne Entschädigung kriegen, meiner Meinung nach. Ja, inwiefern? Also ich meine, ähm, sind natürlich heiße Diskussionen jetzt, wie sieht's aus, ist das mit den, äh, die Einsatzkräfte, die haben natürlich auch sehr stark und überzogen reagiert. Die müssen natürlich auch erstmal sondieren eigentlich, ob da nun wirklich ne Gefahrensituation vorliegt. Ja, klar. Ja, aber, ähm, ja, die sind halt, äh, das wird untersucht auch, das Vorgehen. So, aber halt auch, ich find das an und für sich ganz gut, dass sie da dann auch mal irgendwie so einen Prankster dann irgendwo an der Kette haben. Ich meine, 20 Jahre, ähm, naja gut, äh, ist jetzt bestimmt... Doch, für die Scheiße schon. Ja, für so eine Scheiße an und für sich schon, ja. Gut. Ähm, ja, ich verstehe. Aber wie gesagt, das ist halt immer so ein bisschen... Soll vielleicht auch mal andere dann ein bisschen abschrecken. Weißt du, jemandem mal ein Putzkissen unter, unter, unter den Stuhl zu legen, kann lustig sein. Oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche solche Sachen halten, ne? Oder jemanden mit Wasser voll spritzen. Mein Gott, ist witzig. Passiert niemandem was. Ja, guck mal zu sagen. Man rutscht raus. Mein Gott. Aber das ist schon nicht mehr witzig. Ne. Das ist gefährlich. In keinster Weise. Und das ist halt, äh, leider bei diesen, ja, haben wir schon ein paar Mal gehabt, das Niveau von Prankvideos, etc. So, das geht halt immer weiter unter die Gürtellinie. Oh, warte, dieses Ding kann ich fast als Überleitung benutzen. Achtung, hier kommt der King of Überleitung, wo wir gerade von Pranks reden. Haha, okay. Nein, witz, äh, gestern hat, ähm, wir hören ja beide sehr viel gerne Metal und Rock, ne? Und, äh, gestern gab's einen witzigen Livestream von der Band Blutengel. Okay. Hast du das mitbekommen? Ähm, nein, keine Ahnung, was Blutengel, äh, Engel da, äh... Also, die haben nämlich, äh, der Sänger, die anderen haben halt die Bühne aufgebaut, der Sänger ist halt kurz live gegangen. Und raucht halt an seine E-Zigarette. Und er raucht und raucht und raucht. Und du hörst nur gegen Ende des Vides auf einmal... Du, du, du... Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie das Gebäude. WTF. Kein Witz, er hat durch seine E-Zigarette, durch das Dauerqualmen, den Feueralarm ausgelöst. Und dass in der gesamten Konz everybody gerade vollstreckig am Bühne aufbauen waren. oh mann oh mann oh mann wir sehen ja mal Chris Poole glaub ich ne? ja und du hörst halt dann nur so von eben oh ich glaub ich darf jetzt nicht mehr qualmen fand ich ja ein bisschen lustig ja keine ahnung ich auch also musste ich damals, als ich den Livestream danach gesehen hab, musste ich doch ein bisschen kichern bei ja also ich wunder mich ja, wir haben den Schalk ja neulich dann auch schon irgendwie mal dabei gehabt ja im Falschgesagt oder werden ihn dabei, genau im Falschgesagt und da hat man ja auch gesehen, er raucht ja auch E-Zigarette und wie das dann qualmt ist ja richtig ne? aber dass der Alarm davon ausgeht ja das find ich auch ein bisschen blöde so ähm keine Ahnung gute Rauchmelder wohl äh ja das find ich auch gut aber es war halt trotzdem ne? huiuiui ja du hast dann erstmal nichts zu sagen und extrem laut und so oh da hab ich wohl die Feueralarm ausgelöst fand ich witzig ich hab gleich nochmal nachgeschaut ob das wirklich nur wegen dem Rauchen war oder ob das jetzt wegen äh richtigen Brand war, aber ich hab nichts gefunden also nehm ich an ähm äh dass da wirklich das nur wegen dieser verdammten E-Zigarette war und das gibt's ja auch nicht also ich hab extra den Gäste noch nachgeguckt aber nix da nö, dann wird's auch so gewesen sein ja find ich lustig ja definitiv das nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also wir waren normal, ich war ja schon mal bei der Gamescom mit Freunden damals und wir waren einen Tag feiern, ich überhör das mal ganz geflitzendlich und wir waren natürlich zu faul aus unserem Zimmer rauszugeben und haben einfach mit uns im Zimmer geraucht. Da ist eigentlich der Feuerladen losgegangen, war noch viel besser, ich hatte damals noch lange Haare. Ich, der ist so hackevoll in meinem Kopf nach vorne, wenn meine Zigarette anzünden und rauch halt erstmal, ne? Ja. Und mitten dann nur einer, Alter, hier stinkts. Ich so, ja, kann sein. Guck der mich an, ja, deine Haare brennen ja auch. Und dauert dann noch so 10 Sekunden. Warte. Deine Haare brennt! Was? Und dann so, huch! Ja, war dann auch sehr witzig, auf einmal nur lange Haare waren und wird sehr kurz am nächsten Tag. Hm. Auch nicht schlecht. Ja, war ein bisschen blöd. Ja, sowas ähnliches habe ich mal erlebt. Ja, damals in der Berufsschule mit einem Klassenkameraden, wir waren auf einer außerbetrieblichen oder überbetrieblichen Fortbildung und da durfte man halt auf den Fluren rauchen in dieser Institution damals noch. Ich bin ja noch ein bisschen älter, damals durfte man sowas noch. Mhm. Und ja, dann saß man da halt gemütlich auf dem Flur auf so einer Bank und feimte da gemütlich Kippe. Und der eine, der hatte dann so seine Kippe ganz normal zwischen Zeiger und Mittelfinger eingeklemmt so. Und hat dann irgendwann mal so, weil er am Quatschen und irgendwie auch war, hat er dann so die Hand so oder den Kopf auf diese Hand gelegt. Und ja, so ein bisschen von den Haaren kam dann irgendwann mal, nachdem die Zigarette dann so noch zwei, drei Minütchen runtergebrannt war, waren die Haare dann länger wie die Zigarette. Und dann kam die Glutdämmel ein bisschen gegen und dann, ja, raucht das auch plötzlich sehr komisch dort im Flur. Kann ich mir vorstellen. Und dann auch am Tag danach irgendwie noch kürzere Haare wie eh schon. Schon sehr lustig. Schon wieder? Ja, ich nicht. Ähm. Genau, der fand ich witzig, als ich das gesehen habe. Da habe ich mich ein bisschen schreckig gelacht. Glauben wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ja, ansonsten weiß ich von einer anderen Bekannten von mir, wenn wir da sitzen im Wohnzimmer, dann müssen wir auch immer, wenn wir rauchen, dann Fenster aufmachen. Weil ansonsten, wenn man da mit drei Leuten dann sitzt und raucht, wenn sie ihr Freund und ich dann so im Endeffekt, dann ja, das reicht, um den Rauchmelder da dann auch auszulösen. Also wenn das Fenster nicht auf ist. Eigentlich schon recht witzig. Ja, weiß ich nicht. Rauchmelder ist ja gut und schön, aber so, wenn es denn zu empfindlich wird, finde ich es dann doch schon wieder ein bisschen eher lästig als nützlich. Ja, bei uns ist früher in der Küche der immer angegangen. Weil du irgendwie fett gebraten hast, dann ab dafür. Ja. Ja, genau so. Der bei uns eigentlich grundsätzlich jeden dritten Tag los. Ich wollte sagen, in der Küche macht man normalerweise auch kein Rauchmelder hin. Ja, das war eine Holzküche, deswegen schon. Das ist so eigentlich an und für sich. Aber die sollten dann nicht zu empfindlich eingestellt sein. Also im Winter hätte ich keinen Bock im Wohnzimmer zu sitzen und dann irgendwie alle drei Zigaretten erstmal hier mein Fenster aufmachen zu müssen, letztendlich. Weil ansonsten, wenn ich eine vierte rauche, geht mal Rauchmelder los oder sowas. Ja, das ist wohl wahr. Das ist ein bisschen Blödsinn. Ja, das ist ein bisschen zu gut gemeint, denn... Das stimmt wohl. Das kann man machen, wenn man irgendwo ein Farbenlager hat oder sonst irgendwas, wo wirklich... Da würde ich auch nicht drin rauchen. Nein, aber eben darum ja. Ich sag ja, sowas gehört dann eher in so Lagereinheiten, wo dann vielleicht irgendwas steht, was gefährlich ist oder so. Was Brenny Brenny macht. Genau. Ja, ist wohl wahr. Da ist es bestimmt gut, wenn man da sehr empfindliche hat, die schon beim kleinsten bisschen reagieren. Aber so in einer normalen Wohnung reicht doch irgendwie eigentlich was normales. Das könnte sein, ja. An Rauchmelder. Naja, keine Ahnung. Hast du eigentlich gar nicht... Ich hab hier übrigens keine. Echt? Ich hab keine Rauchmelder, nein. Na gut, du hast aber nur zwei Zimmer. Ja. Ein Zimmer mit dem Vorhang getrennt sozusagen. Ja, ein Hype. Was auch immer. Wer ist nicht die Riesenwohnung, das ist halt eine schöne, übersichtliche Wohnung, wo man trotzdem Platz hat. Du hast halt alles trotzdem im Blick, weil es dann... Man kann sagen, das reicht mir. Also ich... Als Alleiniger ist es hier völlig ausreichend. Naja, nee, ich war ja bei dir. Alles cool. Man kann ja sogar mal eine Woche Besuch haben, ohne dass man sich zu sehr auf den Sack geht. Das stimmt. Ja. Und von daher ist das alles okay. Das ist vollkommen legitim, finde ich. Ähm, hat eine schöne Größe auch. Egal. Ähm... Ich habe hier einen ganz witzigen Fact. Hast du eigentlich Guardians of the Galaxy 1 gesehen? Ja. War ein geiler Film, ne? Ja. Was würde jetzt passieren, wenn ich dir sage, dass Miley Cyrus als eine der Hauptfiguren im nächsten, äh, Guardians of the Galaxy mitspielt? Ähm, spielt sie direkt mit oder wird sie nur Stimme verleihen? Nein. Main... Sie spielt Mainframe. Warum nicht? Naja. Stand auf... Stand auf genug vor der Kamera, die würde es gut können. Ja, aber trotzdem... Ich... Es gibt einige Leute, die das meiner Meinung nach trotzdem besser könnten. Es gibt immer irgendwelche Leute, die es bestimmt besser könnten. Nun, also von den schauspielerischen Leistungen her sollten sie da Robin Williams hinstellen oder James Spader oder so. Passt wahrscheinlich dann aber nicht so in die Rolle, wenn es jetzt Miley Cyrus spielt. Ja, ich finde es halt, äh, Mainframe... Du kennst aber Mainframe, oder? Mainframe ist so ein Robotertyp. Warum eine Frau? Das verstehe ich nicht ganz. Hm. Mainframe ist ein Roboter. Mainframe sagt mir jetzt vom Namen her so direkt nix. Ach so. Ein recht unbekannter. Aber trotzdem, ist ein Roboter für könnte scheiße. Hm. Ich hab keine Ahnung. Was... Da... Da komm ich halt nicht mit. Äh, wie... Ja, wahrscheinlich weil, äh, da in das Kostüm besser eine Frau her, immer kleines, zierliches reinpasst, als wenn du da noch einen Kerl reinstopfen sollst. Dann wird's nachher halt ein 2-Meter-Roboter mit dem großen Anzug... Der ist aber auch so groß in den, in den Comics! Du heul mich doch nicht gleich voll! Ich versteh's natürlich. Ich fand das halt sehr, sehr interessant, weil... Naja... Miley Cyrus? Das... Habt ihr nun mal nicht mehr die beste, äh... Reputation, würd' ich sagen. Brrrr... Reputation... Bla... Das interessiert doch heute fast keinen mehr. Ich sag nur. Ja... Ja, aber... Man sieht sie ja dann wahrscheinlich auch nicht so besonders doll, oder? Ich guck grad nach. Okay? Oh... Äh... Galaxi 2... Mainframe Mindset ist eine geheime Rolle in... Garde ist aus der Galaxy Volume 2... Kurze Sekunde... Blablabla... Ah ne, sie wird gar nicht zu sehen sein! Entschuldigung! Äh... Ah, sie leiten nur ihre Stimme tatsächlich! Naja... Immerhin... Brauchten sie wohl so eine quäkige Stimme gerade? Ja, bei nem männlichen Charakter? Finde ich komisch... Da ist er denn wohl nicht männlich! Ja, das finde ich eben strange! Ja, keine Ahnung, oder ist es so verzerrt nachher, dass es sich mehr männlich anhört? Oder? Ich weiß es ja nicht! Ich weiß nicht, welche Gründe dahinter sind! Vielleicht kann man so eine hohe Stimme wie die vom Eilis Cyrus... Oder ich weiß jetzt... Ich hab die Stimme, wenn sie spricht, auch gar nicht so im Kopf, muss ich sagen! Ich auch nicht! Wenn ich nicht mal die Wenden so singt! Was auch ganz gut ist, glaube ich! Ja... 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 Die Stimme hätten sie halt auch nehmen können oder irgendwie so, weißt du? Ja, klar! Aber... Weiß ich nicht! Vielleicht... Wenn sie das dann zum Roboter hin verzerren sollen, vielleicht hat ihre Stimme denn da genau das richtige... Die richtige Klangfarbe oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht! Ja gut, das kann natürlich auch sein! Ja... Das bringt ja nichts, wenn du da jetzt so eine... Was weiß ich... Pornöse Stimme da reinbringst und das dann verzerrst und das hört sich danach dann an... I'm a Man-Friend! Genau! Und wenn du das dann verzerrst, dann hört sich das irgendwie dann doch komisch an! Das kann sein! Wirst du Guardians of the Galaxy 2 auch wieder angucken? Irgendwann mal werde ich mir den angucken, ja! Aber ich werde dafür wahrscheinlich nicht ins Kino gehen! Groot! Groot war geil! Groot war schon cool, aber... Trotzdem, ich bin nicht so der Kinogänger nicht mehr! Früher bin ich öfter mal im Kino gewesen, heutzutage... Ja, du wie gesagt, so ruhig ist mir das DVD und guckst mir auch an! Das ist ja Philipp Paller, auf jeden Fall werde ich mir angucken! Richtig! So, aber wie gesagt... Wird noch ein bisschen dauern! Ich bin doch auf die ersten Trailer gespannt da! Hm... Glaubst du nicht schon wen? Ich wollte nicht gucken! Ich meine, ich hatte letztens schon mal ja, wo wir sehen... Trailer... Ich guck' gerade da, Trailer... Ja, gibt sogar, wir müssen uns mal angucken, gemeinsam! Ja! Haben da ja ne Idee! Ne? Ja! Das können wir immer machen! Gut! Auf jeden Fall! Hab ich das abgehakt! Ey! What? Das abgehakt! Ich fand das mit Blutengel, ich hab mich da totgelacht drüber! Ja, das ging mir bei den Burger King Pranks so! Oder was heißt Prank bei dem Getrolle da, halt von der Werbung! Ja! Hammer 2 und Hammer 3 gibt's momentan... Wir wollen ein bisschen mehr zurück zu dem Gaming Podcast gehen, nicht zu den News, weil... Eigentlich immer ein Gaming Podcast, deswegen! Hammer 2 und Hammer 3 gibt das momentan verdammt günstig aufs Dieb! Was? Kennst du Hammer 3 nicht? Altes Life? Nein! Da fehlt dir aber was! Hammer 3 ist ein, naja, eigentlich ein Rollenspiel! Du hast quasi deine Waffe und dann kannst du dich entscheiden, bist du Polizist, du bist du ein Böser, bist du das, 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 das... Und es gibt quasi, du musst wirklich dir deine Rolle überlegen und musst genau so spielen, während du ein Altes Life bist! Okay! Das ist eine riesengroße Welt, du kannst halt machen, was du willst, theoretisch! Hm! Du kannst auch Kokainbauer werden! Und dann geht's natürlich ab! Und du musst halt dann auch in die Polizei kommen, die Citra immer so spielen! Hab da mal das Place gesehen, wo welche dann... Wo einer dann meinte, er ist ein Naturforscher, was auch sehr lustig war! Oh! Ein Exemplar, das, ich weiß nicht was, alle damit verarscht hat! Aber bis er gestorben ist, musste er halt so spielen! Ne? Tua! Total witzig, meiner Meinung nach! Und das gibt's gerade sehr lustig auf Steam! Vielleicht lang ich dir sogar noch zu... Kommt doch ran die lang! Warte mal gucken! Warte mal! Schau! Warte mal reinkicken! Mach dich schon aus! Warum bist du jetzt halt so lahm? So lahm die Bahnen! Meine Maus ist verschwunden, immerhin! Ah, jetzt ist sie wieder da! What the fuck! Okay, jetzt hängt gerade alles! Also wirklich alles! Ah, jetzt! War ein bisschen komisch gerade hier! Läuft die Aufnahme noch? Ja! Zumindest wird mir nichts anderes angesagt! Mir auch nicht! Du hast ein bisschen Paketverlust, aber das habe ich auch! Du hast auch Paketverlust? Ja, das liegt daran, wenn man Steam auf hat! Ach so! Mein Gott! Ist das nicht so viel! Bei mir steht wieder 0,0 da! Ja! So kommen wir auch! Ähm! Ja! Bäh! Oh! Oh! Angenehm! Carstenson! Ja! Ja, hier! Äh! Ja! 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 Aber gegen die alten Spiele, vor allem in Hack'n'Slay-Rollenspiel-Bereich war Diablo 2! Das stimmt, ja! Und Diablo 2 war einfach geil! Wie viel man halt weg klatschen musste und die Skills und weiß der Geier, ihr könnt ja eigentlich mal Let's Playen, oder? Habe ich hier noch rumliegen sogar? Hm! Dann wäre das mal eine interessante Sache, ja! Hm! Ähm! Aber ich werde eine Sache nicht schaffen! Na? Vor kurzem hat nämlich ein Spieler einen Pacifist Run in Diablo 2 geschafft. Der hat es tatsächlich geschafft, das erste Kapitel komplett durchzuspielen, ohne eine einzige Attacke auszuführen. Er hat keinen aktiven Schaden verursacht. Hm. Wie? Und er hat trotzdem den Endboss besiegt. Da ist jetzt interessant, wie? Er hat, ähm, als Skills hat er benutzt, er durfte auch keine Attackenskills hernehmen, keine Buffs hernehmen, bla bla bla. Das war alles seine Regel. Und er durfte keine NPCs zur Hilfe nehmen. Das waren seine Regeln für diesen Pacifist Run. Okay. Und seine Skills waren alles Tele-Teleport-Skills, um rechts schnell von A nach B zu kommen. Das macht Sinn, ja. Ja, und er hat als Armour natürlich eine Thorns-Armor benutzt, eine Dornen-Armour, eine Dornen-Rüstung. Und, wenn er angegriffen wurde, hat er nun mal, also er hat halt Heil-und-Dings-Skills gehabt. Und wenn er angegriffen wurde, wurde natürlich Schaden reflektiert. Und damit hat er auch den Endboss besiegt. Das ist krass, ja. Wie geskillt man da sein muss. Wollte kurz sagen. Also, da muss man sich ja so einige Male denn von Diablo letztendlich auch klatschen lassen, damit der Schaden, der reflektiert wird, groß genug ist, damit er es dann irgendwie noch... Also, das ist schon heftig, finde ich. Also, da muss man sich schon echt gut geskillt haben, damit man das überleben kann, ja. Hast du schon mal Speedruns gemacht? Er hat da auch noch als Speedrun gemacht. Ja, das macht Sinn, weil langsam brauchst du da nicht durchrennen, wenn du keine Monster kennen willst. Hast du schon mal Speedruns gespielt? Nee. Ich schon. Nicht so wirklich. Für den Gamecube gab es ja Die Hard, Vendetta. Warte, ich war das ein Spiel, das ich als Speedrun gemacht habe. Und dann habe ich von zweieinhalb Stunden das ganze Spiel durchgespielt habe. Wo du es aus 10 Stunden reinstecken kannst, bin halt echt durchgerusht. Aber ich liebe es, wenn ich mir mal so eine Aufgabe setzen und einen Speedrun machen möchte, dann mache ich ihn auch. Denn, klar, das dauert ewig teilweise. Das dann so hinzukriegen, dass es einen Speedrun wird, ist halt Übung, 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 Übung. Ich will nicht wissen... Ich muss das sagen, man muss man halt schon einige Male durchspielen. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ja Cheat-Speedruns, wo du halt mit Cheats deine Runs machst, aber ich mache die halt ohne Cheats. Klar, manches dauert dann ewig. Aber es ist in Ordnung. Und da habe ich dann das Spiel mal durchgezockt auf Speedrun. Auch einige Male gestorben, wenn ich es hingekriegt habe. Was hast du da jetzt wieder am gucken oder offen? Warum? Ja, weil du gerade einen Datenverlust von 0,3% hattest, das ist schon gar nichts. Oh, bei mir hat sich gerade bei Facebook irgendwas drauf gemacht, deswegen. Ah, so. Ich wollte gerade sagen, einen Pingschuss in die Höhe, Datenpaketverlust, so, war was? Gar nicht gut. Das ist hier verkehrt. Nachher hört man mich nicht mehr, das kann ich nicht tolerieren. Jetzt sind wir wieder auf dem Level angelangt, ja? Wo wir gerade bei Diablo 2 waren. Bin wie weg von dem Level. Hast du früher Diablo gezockt eigentlich? Ich habe Diablo 2 tatsächlich nur mal angezockt. Also schon so ein paar Stimmchen da reingesteckt, war auch ganz lustig so, aber ich irgendwie nicht so hin und habe dann andere Spiele danach und davor auch gehabt, die ich dann lieber und weiter verfolgt habe halt. Aber da könnte man mit dem Scheib nochmal irgendwann drüber quatschen, weil der hat Diablo 2 wirklich gesuchtet. Ich überlege gerade, Diablo 2 kann man sogar zu zweit spielen. Hast du das? Ich habe es nicht, nein. Guck mal, was es kostet. Vielleicht können wir das auch zu zweit zocken, die beide gegeneinander sind. Würde ich sehr interessant finden. Mehrspieler-Modus. Offenes oder geschlossenes Battle.net, Cheats und Betrügereien, bla bla bla, will ich eigentlich Spezial-Level. Ähm. Mathe. Das Coo-Level. Fand ich Behaftung ganz witzig, dass sie da mal wie der Kuhkönig denn so als Special-Tavern-Brawl mit eingebaut hatten. Wie, wir könnten, wenn du möchtest, das mal gemeinsam spielen. Ähm. Ich würde sagen, das, was wir im Moment hier gemeinsam spielen... Das spiel ich alleine. Nee, erst mal. Dann können wir erst mal gucken, was weiß ich von Park of Exile durch ist. Oder so können wir das in Angriff nehmen. Ja, dann spielst du aber alleine bis dahin schon durch. Bin heiß drauf. Ich würde immer wieder echt alte Rollenspiele spielen. Ähm. Demnach, sobald bei mir Jedi Knight folgt, erst mal Jedi Academy stimmt. Das habe ich ja angekündigt. Und trotzdem, weil ich mir am Tag so heiß auf die ganzen Spiele, obwohl ich Cap Diablo 2 schon so tausendmal auch privat durchgezogen bin, wenn ich das privat spiele und dann aufnehme, ist auch schon wurscht. Weil es trotzdem immer wieder anders ist durch das Sandboxen. Ähm. Ja, letztendlich, oder du nimmst es halt auf und schiebst es irgendwie in die Dropbox und machst es denn, wenn das andere Let's Play fertig ist. Dann hast du schon mal... Oder so. ...wir folgen im Vorlauf oder sowas. Ähm, aber wenn ich das absenteil aufschiebe, ich könnte Terrabyte da nicht noch vormachen. Ja, bloß genau so ein Endlos-Game wie Path of Exile. Ja, das stimmt. Also, von dem her, meh. Macht es mit der Dropbox keinen Sinn, da bräuchte ich nur 20, also 1000 Dropboxen. Und das ist dann ein bisschen teuer. Ja. Die bezahlst du denn. Waaat? Nein. Kannst du knicken. Was ist denn? Auf jeden Fall, ähm... Ich werde es auf jeden Fall wieder spielen. raus. Ähm... Das hat ja auch die 15 geschafft. Oh, das läuft sogar problemfrei auf Windows 8. Ich gucke hier gerade vorendurch, das läuft problemlos auf Windows 8. Das wäre eins der ganz wenigen Spiele, die problemlos auf Windows 8 laufen. Zu verspielen über Windows 8, so weg nicht das letzte. Ich bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Nee, du kannst weiterquatschen, ich hab die Kopfhörer auf. Ich gucke gerade mal in mein Spiele-Ding rein, wo mein Diablo ist. Achso, ja. Jetzt durchsucht er die riesige Truhe, die er da neben seinem Pilz stehen hat. Tatsächlich ist es gar nicht so wenig Wasser drin. Das ist ein ganzer Umzugsquarton vor der Spiele. Bis gleich. Ein ganzer was vor der Spiele? Umzugsquarton. Achso, ja. Bis gleich, ich klabber du mal weiter. Ich höre, ich kann auch von irgendwo hinten hier zugrufen. Ist ja nicht so wenig. Nö, man verstehe dich sogar noch relativ gut. Echt? Ja, dummerweise. Jetzt aber nicht mehr. Dein Kopfhörerkabel ist zu lang, wenn du so weit weglaufen kannst, ohne uns denn irgendwie... 2,5 Meter. Hm. Dann ist das Mikro sehr gut, was Hintergrundgeräusche angeht. Da bin ich auch gerade, im Hintergrund. Aha, aha, aha. Witzbold. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was denn? Das ist wiederum länger. Ja, nun geh tief tauchen in deinem Umzugskarton. Hör auf zu quatschen. Ich bin da dabei. Nee, Mann. Ich bin da weiter. Das ist wieder Arsch. Mit dem Köpper rein und dann erstmal durchschwimmen. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Überall fliegen jetzt CD-Hüllenlöche gegen. Tatsächlich ja, weil ich schnell machen möchte. Schmörer, 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 schmörer. Römpf, römpf, römpf. Du bist ein Arsch im Ohr. Ja, ich weiß, aber ich fühl mich wohl dabei. Meine Rolle als Arschloch ist mir wirklich aufs Leib geschneidert. Auf den Leib geschneidert. Aufs Leib. Wenn du sie jetzt in der Hand hast, hast du sie zumindest mal angefasst. Bei Gothic 3 kann ich's nachvollziehen. War nicht mehr so der Hit. Tatsächlich, glaube ich, liegt das sogar im Wohnzimmer. Jetzt bin ich wieder am Mikro dran. Ja, man hört's. Oh, da könnt's vielleicht auch noch liegen in der Kiste, oder? Warte mal. Ja, such mal was anders. Nee, ich mach das jetzt. Mitten im Zockcast muss der seine Spiele suchen. Weil das dir auch so ist. Harry Potter, jawohl. Harry Potter, das PC-Spiel. Glückwunsch. Nee. So, komm in Wallung, du Muggel. Hier ist auch noch Dungeon Lords. Auch noch richtig altes Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bald kommt Old but Gold. Ein Format, in dem ich mich halt vor allem mit den alten Spielen beschäftigen möchte. Und werde. Und tue und mache. Und weiß der Geier und weiß er nicht. Genau. Und das ist halt für uns, ja, so eine Rückmeldung. Wir mögen alte Spiele, der Dunkelstein und ich, sehr, sehr gerne. Und demnach ist das so quasi ein Format, bei dem wir sagen, das wollen wir unbedingt machen. Ja, wobei, gestern erzählte er mir so, ja, Klassiker, Doom, oder was hattest du noch? Das sind Klassiker. Hast du, wie alt, Doom, hat's repariert oder bei mir geklingelt? Äh, bei mir? Weiß ich nicht, hat's nicht geklingelt, glaub ich. Und kurz auf, K. Mikrofon muted. Ja, äh, worauf ich da gerade raus wollte, so, äh, Bei mir sind die klassischen Spiele dann eher so, äh, Pac-Man, äh, Giant Assisters, so die alten C64-Spiele wirklich noch. Eher so aus der Zeit. Da ist halt so ein kleiner Generationsunterschied, so, äh, wobei ich Doom und sowas schon wieder eher in die moderneren Spiele, äh, Zeit reinsetze. Wobei es natürlich auch schon arg alt ist, aber... Die Zeit rennt nachher halt einem so unter den Fingern weg, dass man die Jahre gar nicht mehr so mitkriegt und von daher gehört es dann doch noch eher so zum Neueren. So, und ja, aber bei den Old Blood Gold Spielen, so, muss ich mal gucken, vielleicht krieg ich ihn ja doch noch dazu, dass er Gothic 1 dann vielleicht nochmal mit anspielt. So, eins meiner liebsten Rollenspiele von damals. Und, dann müssen wir halt mal schauen, was denn da Sache ist. Leider, passt die, die Steuerung ja leider nicht so, er ist da etwas unflexibel. Ja, da ist da unflexibel wieder. Entschuldigung, bitte. Hier, mal. Unterbrechung. Das war der Handwerker, weil der Boiler in der Küche ist kaputt. Ah, und damit du duschen kannst, brauchst du jetzt wieder warmes Wasser. Depp, in der Küche habe ich gesagt. Ja, wieso, du schon nicht im Waschbitten? Depp. Ne, aber der kam jetzt gerade und kurz mal, ne? Ja, das muss dann ja auch sein. Och, mein Bruder war aber schon früher da als ich, ich also nur kurz hallo gesagt, der hat mich verpisst. Hm. Also, hättest du den Stress ja nicht geben müssen. Nein, man muss ja trotzdem gucken tun. Ja, wenn man neugierig ist. Nein, Depp. Ach ja. Manchmal, ne? Könnte ich diesen Typen? Ah, egal. Ähm. Du bist ein Grattler. Ich hoffe, das weißt du. Entschuldigung, hab dir gerade nicht zugehört, was? Was hast du die Woche so gezockt? Hast du die Woche eigentlich so privat gezockt? Äh, ja. Gwent habe ich, Gwent habe ich gezockt, privat. War das so geil wie am Anfang? Äh, ja. Macht immer noch genauso viel Spaß wie am Anfang. Also, ändert sich jetzt nicht viel dran. Gibt immer wieder neue Taktiken und Zusammenstellungen und so. Es macht Spaß. Ähm. Ein weiterer ist... Warte mal. Bei dir hämmert es gerade nicht. Ja, das war der Truckport. Der Heppare über die... Ich hab hier gerade ganz kurz gedacht, hier explodiert gerade was. Ja, das ist halt, wenn man auf dem Land lebt und so, da fahren auch mal größere Landmaschinen da längs. Was? Echt? Ich hatte hier vorgestern... Vorgestern, glaube ich, war das da vorher einer mit einer Walze längs und zwar einer recht großen. Also, das merkt man denn hier wirklich schon. Das ganze Haus bebt denn. Das ist schon echt nicht mehr schön teilweise. Ich warte ja noch auf mein Beta-Kiefe für Gwent. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass du einen kriegst. Das ist nicht mehr so reichhaltig bestückt mit den Gies, glaube ich. Ja, ich auch nicht. Wir hoffen, dass ich einen bekomme. Weil dann gibt es natürlich auch... Aber es ist schon... Richtig. Es ist schon in der Closed Beta, also von daher, es wird dann hoffentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis es dann wirklich losgeht mit Gwent. So, dass es ein offenes Spiel wird. Genau, wir werden sehen. Wo wir gerade bei Sonderangeboten sind. Und ich glaube, das ist jetzt aber eigentlich schon ausgelaufen. Ja, es ist heute, also am Samstag läuft das aus. Aber es gab... Ach, wie hieß es jetzt? Sainthro. Danke, Sainthro the Second, also Sainthro 2, gab es Kostennot of Gorg. Genau. Hast du Sainthro-Teile gespielt? Nee, bisher noch nicht, aber das kann man sich ja bei Zeiten mal antun. Also ich habe Sainthro the Third mal angezockt. Bei Sonderangeboten gucke ich eigentlich fast gar nicht, was Sonderangeboten geht. Ja, ich habe drei, vier Spiele auf Origin, das muss ich... Immer noch Siberia 2. Hat mir aber letztes Mal schon gesagt. Mhm. Ähm... Ja... Kann man machen. Puh, wem es gefällt. Ich habe es noch nicht aufgewählt von dem Jahr. Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, jetzt habe ich erst mal Sainthro, was ich dann irgendwann bei Zeiten mal antesten kann. Zu Gwent gab es The Witcher 1 dazu, habe ich auch noch nicht gespielt. Ähm... Also ich habe da noch ein paar Spiele, die ich auch noch irgendwie gar nicht kenne und ja, im Moment auch gar nicht so dazu komme. Ja, das Spielen natürlich ist immer so... Man muss halt irgendwie Zeit dafür haben, ne? Man muss Zeit dafür haben und das, was ich im Moment an Zeit habe für Spielen, so da sind wir dann ja auch gerne nochmal schnell dann irgendwie abends eine Folge, äh... eine Partie Eternal kurz gegeneinander oder... Weiß gar nicht, lief unser Angezoppt schon, ja, ne? Äh, ja. Ja, ja, also Faria haben wir seitdem dann ja auch, äh, seitdem Angezoppt und so ein paar Mal den gespielt. Ist auch sehr schön, ja. Irgendwas ist hier unter meiner Bettdecke. Achso, das ist... Hat sich erledigt. Das ist seine Freundin, hat er nur vergessen, dass sie da ist. Hahaha, Lisa hat sich jetzt die ganze Zeit zum Arten gelaufen. Er hat vergessen, die Luft rauszulassen. Hahaha, du Wichser. Du wirst vielleicht ne Kackpresse. Stimmt, ich hab auch keine Freundin, das stimmt, ja. Ähm... Hat sich noch keiner angeboten, bei so einem Arsch wie mir länger zu bleiben. Außer nur Zillerei, irgendwann hatte sich das ja auch gegessen. Ach, ihr Bein. Ach, ihr Bein. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Ja, das ist ein guter Plan. Möchtest du mal noch Tschüss sagen? Kann man mal kurz die Prüder, die man oben reingeschüttet hat, irgendwie. Wieso soll ich Tschüss sagen? Ich möchte, dass du jetzt die Abbot für die Pause machst, ja? Okay, ess mal einen Snickers. Okay, warte, mach ich. Warte, warte, warte. Also ich möchte, dass jetzt, ja? Warte, warte. Nein, das ist Mars. Warte, hier. Ich möchte, dass du jetzt die Abbot machst. Hier, die Gibbeammerung, so eine Scheiße, aber auch. Warte. Wollen wir nicht in die Pause gehen? Ich füge dem mal besser nichts hinzu. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind wieder da aus der Pause. Der Dunkelschap ist auch noch dabei. Schon wieder? Ja. Ich war auch in der Pause. Ja, ja. Ich möchte ganz kurz, ich habe mir auch mal angehört, was du gelabert hast. Bezüglich alte Spiele. Was waren nochmal die alten Spiele, die du genannt hattest? Äh, Diana Sisters, Pac-Man, so Tetris war auch damals noch so eins von den richtig... Hallo? Hallo? Da war er weg. Sein Ping explodiert auch gerade. Ja. 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 So, und wir sind wieder da, Entschuldigung für die Unterbrechung, dadurch, dass der Handwerker da war, wurde kurz der Strom ausgemacht, weil er hat mir nicht Bescheid gesagt. Tja. Flupp. Und weg war er. Bisschen genervt. Mal gucken, ob das jetzt nochmal passiert. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich meiner Mutter gesagt, dass wir mir Bescheid sagen. Diana Sisters kamen 87 raus. Ja. Was war noch das andere Spiel? Äh, Pac-Man. Ähm, auch uralt. Tetris, auch uralt. Pac-Man kam raus 1980. Und Tetris kam erstmals raus 84. Ja, okay, sind alle alt. Soll ich sagen, wann du rauskam? Ja. Doom ist auch ein Klassiker, der kam 93 raus. Gothic, was du auch als zu den Klassikern gezählt hast, kam später raus. Der kam raus 2001. Nein, Gothic gehört für mich nicht so zu den Klassikern. Die Klassiker sind wirklich so die uralten Spiele, die man noch nicht auf dem PC gespielt hat, sag ich mal. So für mich. Das hast du mit Doom auch nicht gemacht. Doom gab es auf Atari. Ich kann dir vorlesen noch, was es dem alles gab. Nr. 1 ist das ein DOS-Programm. Nr. 2 gab es das auf der Next Step, auf der Irix, auf der Solaris, auf dem Brisk PC, auf der Atari Jaguar, auf der Sega 32X, auf der Sega Saturn, auf dem N64 und auf der Tab Wave Zodiac. Ja, das ist aber alles schon wieder so Zweite-Generation-Spiele-Konsum. Das sind trotzdem Klassiker und alt. Ja, klar sind sie alt und für viele mögen es auch Klassiker sein, aber... Es bleiben auch Klassiker. Ja, sind es auch. Meinetwegen. Nur, wenn ich jetzt irgendwie so von Klassikern rede oder das höre, dann denke ich an anderes wie du. Das war ja das, was ich vorhin auch schon sagte. Du denkst mir auch ein Klassiker. Stimmt, ja. Tetris auch. Richtig, aber das sind halt so die Generationsgeschichten. So, Doom gehört für mich nicht so zu den Klassikern, weil das schon wieder eine Generation später war. Wenn du das meinst. Aber da werden wir uns ewig in die Haare kriegen. Das haben wir schon immer gemacht. Ja, aber ich sag ja auch nicht, dass du da falsch bist oder so. Ich sag ja nur, wie meine Ansicht dazu ist. Ja, ich weiß. Dostum, da werden wir uns ewig in die Haare kriegen. Klar, Great Diana Sisters oder Tetris sind auch Klassiker. Aber genauso eben wie die... Ach, jetzt hab ich was jetzt. Zack McCracken. Oh, sehr geil. Ja, super geil gewesen. Monkey Island. Auch sehr gut, ja. Alles wird wahrscheinlich vorkommen in den Old Bug Gold Sachen. Zack McCracken, da freue ich mich ja schon drauf. Das mache ich jetzt, was ich mir mal angucken werde auch. So, weil in der Tat, ich komme leider gar nicht dazu, unsere Videos mal wirklich zu gucken, weil... Ja, obwohl ich eigentlich muss, aber ich komme halt trotzdem nicht wirklich dazu, weil ich habe halt dummerweise trotzdem nur 24 Stunden Zeit am Tag und ein bisschen was davon muss ich schlafen. Ich brauche so eine Zeitmaschine. Oder eigentlich nur... Wieder ein DOS-Spiel. Ich muss ja beim DOS-Sachen noch gucken, wie ich die aufnehme. Aber Zack McCracken werden wir auf jeden Fall auch machen. Ein LucasArts-Game. Eines der beklopptesten, äh, ja... Ja, was war das, äh, Adventure kann man sagen eigentlich. So. Das war ein Adventure. Das war ein Adventure, ja. So, und... Ja. Zuka hielt die Dialoge. Schon damals gab es genug Bekloppte, die richtig Spaß hatten. Nicht spoilern, wir werden es spielen. Zack McCracken und die Alien-Maisbänder. Ja. Da wirst du dich heute drauf freuen, hä? Da freue ich mich drauf, ja. Da schwelge ich auch teilweise noch in Erinnerungen. Ach, Mensch, Erinnerungen. Gute, so wie schlechte. Freu dich aufs Labyrinth. Wie gesagt, Gothic 1 ist so ein Spiel, ich komme mit Ersteuerung halt null klar. Das tut mir echt leid. Ja, wobei es im Endeffekt auch nur ein Drangewöhnen ist. Ja, das mag sein, trotzdem komme ich damit nicht klar. Das tut mir momentan nicht leid, aber... Das ist ja nicht einfach unflexibel. Das ist ja nicht einfach unflexibel. Hehehehe. Und da botz neul, drecks Kudu. Mhhh. Das passt zu ihm. Aber zum Beispiel, äh, Gothic 2 spiele ich ja gerade privat. Ist auch sehr schön. Vor allem der Auftritt ist gut. Da war es bei Gothic 1. Gut. Ich hab grad voll Hänger gehabt. Bei Gothic 1 war das, wo den Extremer aufgetreten ist. Freu dich nicht mehr. Doch, freu sich aber. Achso. Kommt so an das alte Lager. Ich hab auch Spiele-Releaser ein bisschen umgebastelt. Weil mir aufgefallen ist, dass unsere Liste nicht alles beinhaltet. Hm. Zuerst gehen wir mal auf PC Games Hardware. Ich schick dir mal den Link. Schick mal. Und ich hab die ganzen PC-Spiele, die rauskommt. Machen wir unterteilen es ab jetzt einfach. PC und Konsole. Mh. Dann kriegen wir auch eigentlich alles zusammen. Bisschen roter scrollen. Ups. Erstmal auf die Werbung geklickt. Hahaha. Sehr schön. So, wir sind im April. Und zwar Ende April. Da stehen zwar, doch da hinten stehen die Daten. Ähm. Also. Wir fangen einfach mal am 19. an. Manowalker-Seer. Das hat man schon erwähnt. Kam raus. Siberia-3 haben auch schon erwähnt. Sniper-Ghost-Varia-3 kam am 25. Das ist ein Shooter. Äh. Ich guck ihn mir gerade an. Der sieht aber hübsch aus. Der sieht echt hübsch aus. Gibt aber keinen Test dazu. Gut. Halten Shooter. Dann kommt raus am 27. Warhammer 40k Dawn of War 3. Darauf freue ich mich nicht. Ich hätte hier vorher noch Outlast 2 in der Liste. Stimmt. Outlast 2. Oh Gott. Darauf freue ich mich auch. Ich hab den ersten Teil gespielt und mich dauernd gruselt. Jetzt kommt Outlast 2 und ich weiß genau, dass ich durchdrehen werde. Wenn ich das auch noch angucke. Wahrscheinlich. Das wird heftig. Das wird heftig. Dank Outlast 1 war ja ein Sahelstück der Horrorgeschichte. So viele fiese Momente. So viel Angst. So viel, ich will das nicht mehr spielen Momente hatte ich ja selten. Tja, dann weiß ich ja nicht warum man das so spielt. Wenn man es nicht mehr spielen will. Ja diese nicht, ich will die nicht mehr spielen Momente kam auch vom Erschrecken und so. Ja. Und da gab es einige bei dem Spiel. Viel zu viele. Ja, da kommt Warhammer 40k, Dawn of War 3 für die PC raus. Warhammer ist auch eine super Serie. Ja, hab ich auch ganz früher hab ich mal Warhammer gespielt. Aber auch dann irgendwann aus den Augen verloren sag ich mal. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich hab Warhammer tatsächlich als Pen & Paper gespielt. Hm. Auch sehr interessant. Hab ich auch mal. So einmal mit einer Gruppe angespielt. Ja, es war auch nicht so meins. Warhammer ist dann ja auch so ein bisschen mehr Cyberpunk und so, oder? Ja. Chaos und so weiter. Ja, genau. Und das war ja. Rollenspiele spiel ich lieber so die Mittelalter-Geschichten. So ein bisschen Fantasy-Mittelalter in die Richtung. Mir bin ich da vollkommen recht. Das nächste ist Expedition Striking. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Taktik-Rollenspiele. Keine Ahnung. Taktik-Rollenspiele spiel ich eigentlich immer gerne. Mhm. Das stimmt aber. Die Titel sagt mir nichts. Das sagt mir so auch nichts, nein. Das sagt mir auch nichts. Das sagt mir gar nichts. Überhaupt nichts. Aber ich denke mal, das ist so ein bisschen, wir springen auf den Wikinger-Zug auf. Kann gar nicht. Hört sich zumindest so im ersten Moment so. Und auf was ich mich auch sehr freue ist Dragon Quest Heroes 2. Ich wusste nicht, dass das für den PC rauskommt. Hm. Finde ich natürlich jetzt sehr geil, dass das für den PC rauskommt. Das werde ich mir wahrscheinlich sogar holen. Hahaha. Weil, ja, weißt du Bescheid. Ja. Also, Expeditions Viking Release am 27. April, Vorgänger am Wochenende gratis spielbar. Also, ich, das ist hier gerade so der weitere, ah, Expeditions Conquistador. So hieß das, was da vorher der Vorgänger. Kann man aber vielleicht anzocken deswegen. Sagt mir jetzt auch nichts, aber, äh, gibt's an diesem Wochenende gratis bei Steam. Äh, bei Steam. Bei Steam, ey. Los geht's am 21. April. Gut. Bei den, ich bin jetzt wieder gesprungen zu den, ähm, Konsolen. Da ist auch Outlast 2 für die Xbox One und für die PS4, die rauskommen. Mhm. Sniper Ghost Warrior auch für die PS4 und für die Xbox One. Jetzt kommt was, was noch nicht da war, nämlich What Remains of Edith Finch. Ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, mal von mir aus dem US-Stadt Washington. Ein Adventure. Klingt interessant. Das klingt interessant, ja. Äh, ich hab keine PS4. Ich auch nicht. Das Nächste ist schon wieder alles für, ah, 28 nehmen wir sogar noch mit rein. Constructor HD. Ein 97, im Jahre 97 veröffentlichtes Echtzeitaufbauspiel. Mhm. Immer ganz cool, finde ich. Gibt's zwar einen Set bei Amazon. Naja. Äh, sagt mir sowas. Kommt raus. PS4, Nintendo Switch und Xbox One. Dragon Quest Heroes 2 hatten wir schon. Und es kommt noch raus Little Nightmares. Ja. Das hört sich auch spannend an. Das ist ein Action-Spiel. Little Night müssen wir kurz ankicken. Oh, das sieht süß aus. Guck dir mal die Grafik an. Man hat ne 75 auf GamePro bekommen. Also schon mal gar nicht so schlecht. Nö. Das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist ein Gruseljumper, man. Das macht eigentlich immer Spaß. Jetzt kommt ein Titel, auf den ich mich freue. Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch. Ich bin ja Mario Kart Fan. Mario Kart 8 Deluxe ist halt wieder, man, man bringt so einen Teil vom GameCube wieder mit rein. Beim GameCube gab's den Mario Kart Double Dash. Und Double Dash war, du konntest immer zwei Etems haben und mit denen rumfetzen. Das kommt jetzt wieder zurück und auf den Teil freue ich mich schon. Es gibt neue Strecken, neue Fahrer und so weiter. Und darauf freue ich mich sehr, das mal zu sehen. Der nächste Name ist einfach wieder unmöglich. Puyo Puyo Tetris. Was? Die Nutella Switch und die Playstation 4. Puyo Puyo Tetris. Xuntite. Genau, das dachte ich mir auch. Also beim Spiel-Release ist dieses Mal bis auf Outlast und Mario Kart keine Highlights für mich dabei. Das muss ich gar nicht gestehen. Ich möchte trotzdem noch ne kleine Diskussion anregen. Wir haben heute schon so Diablo 2 und so weiter bequatscht. Was für alte Rollenspiele oder Hack'n'Slay-Rollenspiele oder allgemein alles, was sich in diesem Bereich bewegt, hast du geliebt? Also alles, was sich im Bereich Rollenspiele bewegt. Denn ja, auch wenn es mehr oder weniger auch Aufbau-Taktik ist, Age of Wonders, weil es auch so einen Rollenspielcharakter durch die Helden halt hat. Gothic 1 und 2 definitiv. Dann so ein alten Rollenspielen war noch richtig cool. Ja, allgemein. Also allgemein, ja. Aber ich war jetzt halt auch DSA natürlich. Also jetzt nicht mal PC, sondern auch so Pen & Paper DSA. Auch geliebt und gesuchtet. Talisman. Ein Rollenspiel, ein Brettspiel eigentlich. Brettrollenspiel könnte man sagen. Das war auch sehr interessant. Ein Rollenbrettspiel. Ja, wird bei The Big Bang Theory. Die spielen das auch sehr gerne mal. Also ich bin jetzt nicht dadurch darauf gekommen. Aber ja, da hat man es halt, da kennt man es vielleicht noch eher. Da hat man halt, ja, man spielt halt eine bestimmte Heldengruppe. Die haben bestimmte Vor- und Nachteile. Dann läuft man, würfelt man. Man läuft dementsprechend viele Felder. Man tut das, was das Feld sagt. Meistens halt zieh eine Karte. Entweder begegnest du Monstern oder hast ein Ereignis etc. So in die Richtung geht das. Na dann. Ja, was sonst noch? Also, was ich auch immer gerne mochte und auch immer noch mag, ist wirklich auch so, denn am Tisch sitzen und insgesamt Brettspiele oder Kartenspiele oder sowas spielen. Voll der Oldie der Typ, ey. Ja, ich bin halt. Nein, Spaß. Mach ich auch gerne tatsächlich. Wie gesagt, wir haben jetzt auch am nächstes Wochenende haben wir DSA wieder und wir beide. Mhm. Freue ich mich sehr drauf. Ja, auf jeden Fall. Endlich geht es da weiter. Ja. Und nein, das nehmen wir nicht auf. Nein. Vielleicht wenn wir irgendwann mal eine Folge DSA aufnehmen, also allgemein Spiel DSA, aber dann machen wir neue Charaktere und so weiter. Richtig, das wird dann direkt fürs Aufnehmen sein. So bleibt das unser Privatvergnügen. Weil so ein bisschen Abstand vom Kanal und insgesamt vom Zocken so. Irgendwann hat man schon fast keinen Bock mehr auf Zocken, wenn man das immer nur fürs Aufnehmen und so macht. Deswegen spiele ich ja auch einige Sachen privat. Wollte grad sagen, deswegen bleiben einige Sachen auch. Oder werden auch privat wirklich bleiben erstmal. Zumindest bei mir. Ja, klappt mit mir genauso. Also ich wollte irgendwann die Sims wieder spielen, hab das echt nicht installiert gekriegt, das wäre auch privat gewesen. Ja. Klar. Ja, ist doof, dass du es nicht hingekriegt hast. Ja, wir haben da drei Tage lang... Ja, man braucht echt mal ein anderes Betriebssystem. So, Windows... Windows 8 ist da echt nicht das praktischste, grad so zu zocken. Das stimmt leider. Wenn ich jetzt sagen muss, mit 10 habe ich mich darauf positiv überrascht. Aufwischen. Ach du Scheiße, so kam der das her. Äh, aus der Nase würde ich mal vermuten. Bist ein Arschloch. Ja, sobald ich halt wieder einen Desktop habe, kann ich meinen Stand-PC wieder aufrichten und dann geht's ab. Dann spiele ich alles, wenn ich jetzt so richtig tage. Tja. Dann, ne, dann haben wir hier Action vom Fight, dann geht's hoppada, hoppada, hoppada. Ja. Ja, warten wir mal ab, wie lange, wie viele Jahre das noch dauern wird. Äh, muss man echt dann kaufen bezeiten. Mhm. So. Würde sich anbieten, ja. Was kommt, was kosten die Scheiße? Momentan. Äh, gehen wir mal auf Ebay. 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 Gucken wir mal, was, was eigentlich jetzt, die Kerke momentan kostet. Bin mal gespannt, du auch. Bildschirm. Nicht bloß Bildschirm. Ja, gut. Das war ein hässlicher Bildschirm. Der, der, der soll nicht hübsch sein, der soll funktionieren. Da ist eine verzauerte Euro. Und die meisten trotzdem irgendwie auf 100 Euro. Gucken wir mal auf den niedrigsten Gebote. Noch mal zu bisschen Geld sparen. Äh, niedrigster Preis inklusive Versand. Ich will doch keinen Röhrenfernseher. Ist auch ein Bildschirm. Ja, gut. Stimmt, aber nein. Und 15 Zoll ist ein bisschen klein. Also ich meine so. Vor allem sind es alles 4 zu 3 und die will ich nicht. Und was suchst du denn? 16 zu 9 von Martin. Aber nur Bildschirm. Ist ja wurscht jetzt. Ähm, werden wir schon finden. Und dann geht's ja ab, ne? Machen wir mal Platschidi, Platschidi, Platschidi. Ich sag's dir. Ja. Äh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Wenn du das sagst. Ja, wenn ich das sage. Was ich jetzt eigentlich noch gucken wollte, ist, was ist eigentlich rausgekommen wegen der VB-Pos? Ja, das, was ich damit gekriegt hatte, ist, dass sie einen verhaftet hatten. Sehr geil. Ja, sehr geil, W. Punkt. Ja. Der mutmaßliche Busbomber Sergej W. wollte das Team des BVB auslöschen, somit die Aktie des börsennotierten Vereins zum Absturz bringen. Darauf wettet der Deutsche Rüssel, glaubte, so Millionen zu verdienen. Ja, das ist also der Grund. Du Wichser, Entschuldigung. Tja. Ja, fixer, oder? Ja. Schlimm ist ja, aber finde ich zumindest, dass bei sowas mittlerweile gleich vor einem terroristischen Anschlag ausgegangen wird. Ja, das ist natürlich genauso sinnfrei. Aber wegen Geld und gern so viele Leute das Leben zu nehmen, echt jetzt? Naja, naja, gut. So viele Leute, ich meine, wenn da einer in eine Bank rein stürmt und dann mit einer Kalaschnikow da erstmal Welt rum ballert, sind wahrscheinlich genauso viele dran. Ja, aber trotzdem. So, also... Das ist doch... Ach du Scheiße, weißt du, was ich meine? Naja, klar. Ich weiß schon, was du meinst, aber letztendlich... Es ist trotzdem einfach gewissenloses... Entschuldigung für diesen Ausdruckschwein. Ja. Äh, anderes Wort habe ich dafür einfach gar nicht. Ist so. Es ist letztendlich so, aber... Gut. Wir haben heute noch richtig viel aufzunehmen, ne? Das ist auch so, ja. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den Podcast heute. Wir haben uns auch schon, glaube ich, wieder zwei Stunden oder so aufgenommen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Reichen, nicht wahr? Ähm, vielen Dank fürs Zugucken, wenn... Genau, wenn ihr Themen habt oder Fragen an uns habt oder irgendwas, dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an ruckzock at gmail.com. Genau. Immer gerne. Dann lesen wir die wahrscheinlich im nächsten Podcast mit vor. Wenn ihr nicht namentlich genannt werden wollt, schreibt das in die erste Zeit rein, dann weiß ich das gleich. Hehehe. Ähm, sonst lese ich euch den Namen auch vor, wenn ihr den reinschreibt. Ähm, wie gesagt, ähm, ja. Dann bitte gerne einfach schreiben und wir behandeln das dann im nächsten Podcast. Okay. Genau, das ist ganz wichtig zu sagen. Wenn ihr was haben wollt, ruckzock at gmail.com. Eh, dann ... Bei drücken weiter mit reinschreiben. Genau. Ansonsten auch in die Kommentare. Das behandeln wir genauso. Genau. Lesen wir genauso. Und ja, wir bedanken uns vielmals wieder mal fürs Zuschauen. Hoffen wir, die hatten ein bisschen Spaß ... Irgendwegen hat sich halt ein bisschen gezogen. Ja. Aber es war auch nicht so viel los die Woche. Bis auf diese kleinen Spaß-legen. Das stimmt nicht. Meine, okay, eine Sache wäre noch mit Erdogan gewesen, aber... Sag Sie doch. Ja, was heißt, sagt sie doch, es ist so totgequatscht worden und ich glaube, jeder weiß, was... Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ja, Erdogan ist jetzt Diktator im Endeffekt. So, es war eine recht knappe Abstimmung innerhalb der Türkei und hier in Deutschland haben wohl recht viele für ihn gestimmt. Also, die freilaufenden Hühner haben für Käfighaltung gestimmt. Ist ja auch nicht weiter tragisch, weil die kriegen davon ja nicht mehr viel mit. Was ist jetzt passiert im Endeffekt? Ja, letztendlich hat Erdogan jetzt die alleinige Macht. Er kann also noch einfacher irgendwie mal einfach Leute umbringen lassen. Er hat die Todesstrafe jetzt wieder eingeführt übrigens. Das war seine erste Amtshandlung. Nee, oder? Ja, ja. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und danach hat er halt ganz gemütlich, denn er kann alle Minister einsetzen und feuern, wie es ihm gerade passt. Er ist Legislative, Judikative und Exekutive in einem. So, also... Wir haben jetzt echt den zweiten Hitler. Oh! Nein, das würde ich so nicht sagen. Wart's ab. Ne, aber... Ja, nein, der ist anders bescheuert. Ja, das ist natürlich heftig, also... Nee, hab ich echt nicht mitbekommen. Aber, nee, das ist schon übel. Aber, wie gesagt, das ist auch an... Jeder redet im Moment darüber und ich hab langsam die Schnauze schon voll davon, er muss zu hören, so, weil... Ja, dieses Todquatschen gibt in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr schlimm. Es ist schlimm genug. Es ist wirklich schlimm. Aber, es bringt halt nix, wenn jetzt noch mehr Leute darüber diskutieren und, ähm, wie du vorhin schon sagtest, so schlechte Nachrichten müssen dann auch immer mal genug sein. Nein, das stimmt. Aber dieses Todquatschen gibt in der heutigen Gesellschaft sehr schnell. Ja, Todquatschen und auch schnell das Hinschieben in irgendeine Ecke, wo man es dann gerne hätte. So, wie jetzt auch, äh, wie du sagtest mit dem BVB-Postar, so, der ist irgendein Idiot gewesen, der meinte, kann da mal ein bisschen Geld von kriegen. So, aber das wird sofort von den Medien und jedem irgendwie in die Terrorschiene gepackt, weil das ist ein größerer Reißer, weil es, äh, bei denen noch irgendwas davon wollen, was noch ist. Ja, klar. Wie gesagt, ich, ähm, wir versuchen ja einigermaßen, klar, wir haben auch unsere Quellen, wir versuchen trotzdem einigermaßen da, ich würde sagen, neutral an die Sachen heranzugehen. Äh, ja, bei solchen Sachen fällt's mir schwer, neutral heranzugehen. Ja, ich meinte, äh, Eureichkeiten bedingt, dass wir es sich irgendwo hinschieben. Richtig. So, und... Klar, wenn ein Typ ein Arschloch ist, sagen wir das auch. Ja, das ist, äh, meine, merkt wahrscheinlich jeder selbst, aber grundsätzlich, äh, wollte ich das eigentlich gar nicht so viel angequatscht haben, weil es reichte mir. Juhu, aber ich wollte, hab ich's weiß jetzt auch. Cool. Toll, äh, ich weiß jetzt Sachen, äh, voll geil. Ich glaub, ich geh mich jetzt erstmal mit ein bisschen begraben. Nein. Wir hören uns nächste Woche, abends Sonntag, um 18 Uhr wieder zum nächsten Podcast... Hoppala. Zum nächsten Podcast. Da war die Stimme kurz weg. Ja. Wasch im Hals. Und wir, ja, wir werden jetzt, glaub ich, den Path of Exile aufnehmen. Ähm, ja, entweder das oder Battle Season. Oh, oder Battle, genau, wir müssen die Battle Season auch noch aufnehmen. Ich würde sagen, in diesen Worten, tschüssi Kowski. Okay, bis zum nächsten Mal. Einfach zu hören, Mails an ruchstögergmail.com, lasst eure Freunde hoch und sagt euren Daumen. Bis dahin und tschüss. Auf Wiedersehen. Warte, ich muss uns noch den Drücker finden hier, um die Aufnahme zu wenden. Du kannst noch quatschen. Jetzt kannst du nicht mehr quatschen. Tschüss. Wow. Auf Wiedersehen. Warte, ich arribale. Vielen Dank.